Motivationsapplaus bei Abfahrt, die steilste Achterbahn der Welt und etwas seltsame Attraktionen. Das ist Fuji-Q, Asiens beliebtester Freizeitpark. Aber kann Japans Aushängeschild mit unseren deutschen Vergnügungsparks mithalten? Wir machen den Check. Willkommen in Fuji-Q. Periode! Unser erster Check, die Attraktionen. Colossos, Bluefire oder Silverstar beim Thema verrückte und extreme Achterbahnen sind deutsche Freizeitparks ganz vorne mit dabei. Ob die Japaner bei so viel Adrenalinrausch mithalten können? Fuji-Q am Rande des berühmten Fujiyama-Berg in der Nähe von Tokio. Hunderttausende Besucher aus aller Welt kommen jährlich hierher, um die Attraktionen auszuprobieren. Dabei ragt eine Achterbahn besonders heraus. 43 Meter hoch, 121 Grad steil. Das ist Takabisha, die steilste Achterbahn der Welt. Das Aushängeschild von Fuji-Q. Keine andere Achterbahn kann damit halten. Kein Wunder, dass die Japaner, die sonst eher schüchtern und zurückhaltend sind, nach einer Fahrt außer sich sind vor Begeisterung. Beim Runterfahren zieht es einem den Hals so nach vorne. Ich hatte vor der Fahrt total Angst vor der steilen Stelle. Ich habe mich erst gefragt, ob ich das überhaupt überlebe. Ich bin jetzt schon dreimal damit gefahren. Beim ersten Mal habe ich meine Stimme verloren, das sagt schon alles. Es ist zu angsteinflößend, weil man nicht sieht, wo man hinfährt. Während man sich in Deutschland selbstständig um seine Sicherheit kümmern muss, wird das in Japan ganz freundlich von den Mitarbeitern erledigt. Dazu gibt es bei jeder Fahrt ein etwas, sagen wir mal, skurriles Ritual. Ja, ohne Winken und Applaus fährt hier keine Gondel los. Warum das Ganze, erklären wir Ihnen gleich. Nach einer Minute senkrechter Bergauffahrt hat unser Reporter Alex den steilsten Punkt der Bahn erreicht. Dann der Sturz in die Tiefe. 121 Grad steiler Fall, danach einige Loopings und Schrauben. Selbst die sonst so ruhigen Japaner fangen bei so viel Adrenalin an zu kreischen. Zwei Minuten später ist es dann geschafft. Für unseren Reporter mehr als genug. Unfassbar krass. Keine Worte. Keine Worte. Zurück zum Brauch des Winkens und Applaudierens. Parkmanager Suzuki Motomo erklärt uns, was es damit auf sich hat. Wir Angestellten hier im Park klatschen und verbeugen uns immer bei den Leuten, weil wir uns einfach höflich bedanken möchten, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben, um unseren Park zu besuchen. Nach dem verrückten Ritt im Takabisha besuchen wir die Lieblingsattraktion der Japaner. Tetsubo Yosai, die hoffnungslose Festung. Bis zu 60 Minuten stellen sich Japaner für diese etwas andere Attraktion an. Denn hier gibt es keine Achterbahn, kein Gruseltheater oder sonst was. Nein, Tetsubo Yosai ist eine große Schnitzeljagd. In Gruppen müssen die Besucher nach versteckten Schlitzen in den Wänden suchen, in denen sie ihre am Eingang erhaltene Karte abstempeln lassen können. Wer alle neun Schlitze in sechs Minuten findet, hat gewonnen. Klingt nicht spektakulär, ist es auch nicht. Die Japaner sind allerdings Feuer und Flamme und durchsuchen im Eiltempo jede Ecke des künstlichen Knasts nach der Lösung des Rätsels. Zu gewinnen gibt es auch nichts, wir sind verwirrt. Was soll denn daran jetzt so toll sein? Es ist total schwierig, beim ersten Versuch kommt man da nicht durch. Man muss ungefähr 30 Mal rein, sonst no. Wir haben uns für das Labyrinth entschieden, da ich nicht auf die Achterbahn gehe. Wir haben es im Fernsehen gesehen und die Kinder haben gesagt, dass sie es ausprobieren wollen, deswegen sind wir gekommen. Ich glaube, das Labyrinth ist so beliebt, weil es extrem schwierig zu lösen ist. 250.000 Personen haben es schon probiert, geschafft haben es allerdings erst zwei. Ob deutsche Besucher sich für so etwas begeistern könnten, wagen wir jetzt einfach mal zu bezweifeln. Zum Glück bietet der Park neben der hoffnungslosen Festung auch noch genug andere Attraktionen, über die man sich als deutscher Besucher freut. Spaß haben kann man hier also auch als Tourist. Zweiter Check, die Größe. Wer sich den Heidepark von oben ansieht, kann kilometerweit die Attraktionen sehen. Satte 85 Hektar sorgen für Unterhaltung pur. Da kann der Fuji-Q im kleinen Japan nicht mithalten. Gerade mal 11 Hektar groß ist hier die Fläche. In 10 Minuten ist man ohne Problem einmal durch den ganzen Park gelaufen. Kein Wunder also, dass die Japaner sich die deutschen Freizeitparks, vor allem größentechnisch, ganz anders vorstellen. In Deutschland? Ich stelle mir das so vor, dass alle Attraktionen größer sind. Hier in Japan ist alles etwas enger und kleiner. Ich kann mir vorstellen, dass man in Deutschland Wein und Bier im Park kaufen kann. Nudeln glaube ich nicht, aber bestimmt Würstchen. Deutschland ist wie Deutschland etwas früchteinflößender. Ihr habt ja auch viel mehr Platz als wir. Eure Parks haben bestimmt auch viel mehr Natur. Wein und Bier bekommt man in Fuji-Q tatsächlich nicht. Allerdings gibt es sonst beim Kulinarischen wenig Unterschiede. Denn wie in Deutschland ernähren sich die Menschen im Park am allerliebsten von Eis und Fastfood. Und damit zum letzten Check die Kosten. Knapp 40 Euro kostet der Eintritt in die großen deutschen Freizeitparks. Dazu kommen noch einmal Geld für Essen und Souvenirs. Durchschnittlich lässt so jeder deutsche Besucher etwa 80 Euro pro Tag in einem Freizeitpark. Das Preissystem in Fuji-Q ist dagegen etwas ausgefeilter. Der Standard-Eintrittspreis beträgt umgerechnet 40 Euro. Oder man bezahlt nur 10 Euro und kann dann im Park für jede Attraktion einzeln löhnen. Eine Option allerdings ist besonders für die Besucher interessant, die keine Lust auf langes Warten haben. Für umgerechnet 10 Euro darf ich einfach vorbeigehen und vordringeln. Großartig. Ja, legales Vordringeln. Davon träumt bei Wartezeiten von bis zu 90 Minuten bestimmt auch der ein oder andere Besucher in Deutschland. Aber was geben denn die Japaner jetzt an einem Tag aus in Fuji-Q? Zu zweit haben wir hier 100 Euro ausgegeben. Nur so ca. 20 Euro plus natürlich der Eintritt. Jeder von uns ca. 70 Euro. Japaner geben also ungefähr genauso viel Geld in Fuji-Q aus wie deutsche Besucher in Ehrenparks. Unser Fazit klein, aber fein. Auch in einem japanischen Freizeitpark ist ein Tag lang Spaß garantiert. Und wo sonst bekommt man sogar jedes Mal Applaus, wenn man die Fahrt mit einer harten Achterbahn überlebt hat. Made Cafés gibt es in Tokio übrigens an jeder Ecke. Das Prinzip immer gleich. Knapp bekleidet und möglichst jung wirkende Kellnerinnen servieren ihren Gästen unterwürfig Essen und Getränke. Aber was für Frauen tun sich...